So, Mikrowellen-Experiment Nummer 2. Chipstüte. Mikrowelle. Das war's. Uncool. Uncool. Aber ich hab da noch was vorbereitet. Der ist ein bisschen größer. Aber warm ist es. Es ist sofort warm. Und es stinkt. Das war's schon. Die Wunderkerze. So, da ich mich nicht geschlagen geb. Capri-Sonne, da ist ganz viel Alu drin. Sogar die Golden-Ethischen. Aufgeschnitten, falls sie explodiert. Noch einen kleinen Chip in die Dixbus reingelegt. So, wird das heute noch was? Ah, geht doch. Irgendwie langweilig. Aber es riechen nach Chips. Boah! Geil! Guck mal, das brennt noch. Alter. Das stinkt. Das war Jocke-Chips. Oh, ein paar kleine Flecken an der Dicke. Aber was soll's, das sieht man nicht. Oh, ey.